Ich würde nie mein Leben machen, könnte ich sein. What the fuck is that? Würde ich nie mein Leben machen. For real. Wir gehen dann später noch live, weil ich muss trainieren gehen. Ich werde heute Beine und Dings da. Beine und... Digger, meine Haare sind so ikonisch. Ey, Digger, die alle Situation, die ich heute erlebt habe, ich war so... What the fuck? Guck mal, da wo ist meine Kamera, da sieht so scheiße aus. Wenn ich Spiegel nehme, dann sieht das irgendwie so besser aus. Warum ist das so hier hell? Ich sehe wie ein Opfer aus. Okay, whatever. Ich gehe einfach so trainieren. So, genau. Schub, schub. Ich esse nur Banane, weil ich Bock auf Banane habe. Bauch, ja Bauch und Beine. Heute Bauch und Beine. Und esse ich Banane. Die ich heute nicht gegessen habe. Und dann mache ich mich ready. Okay. My eyes. My eyes is so fucking crazy, I think. Das haben wir heute. Donnerstag, genau. Eben meine Besties morgen nicht da. Aber die andere ist da. Zum Glück. Weil sonst würde ich alleine sein. Naja, es gibt noch ein paar andere Besties von mir. Aber mit die rede ich nicht so oft. Ja. Warte, ich muss meine Brille anziehen. Ich sehe jetzt schlauer aus. Aber auch nicht. Okay. Ich glaube, ich laufe dahin. Ich habe keinen Bock jetzt mit Straßenbahn zu fahren. Ja, guys. I think that's it for today. Ich glaube, ich werde am Wochenende oder am Freitag ein TikTok drehen. Ich muss mir überlegen, was ich so tanzen kann. Und dann gucken wir, wie das so weiter sich entwickelt wird. Weil jetzt gerade läuft alles so, wie soll ich das sagen, nicht schief, aber so auf Mittelpunkt. Das läuft alles so gerade und nicht nach oben. Und deswegen müssen wir das ändern. Müssen wir irgendwelche Sachen machen. For you. Okay, guys. I think that's it for today. Wir sehen uns später, ich glaube, dann. Dann werde ich einfach irgendwelche Geschichten erzählen und so weiter. Vielleicht erlebe ich noch heute was. Vielleicht nicht. Wer weiß. Wer weiß. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Jacke anziehen soll oder nicht. Ist es mir irgendwie so warm hier. Ich mache gleich Fenster auf, dann mache ich Räucherstäppchen an. Dann gehe ich einfach raus bei... This is better, I think, for me. For me. Ja. Da draußen ist kalt. I know. Deswegen... Wir müssen überlegen. Ich weiß nicht, ob ich Jacke anziehen soll oder einfach so laufen soll. Ich habe wohl keine Ahnung. Ey, for you. Meine Schule ist einfach so iconic. Nimm mit. Mein Casper. Kennen wir uns? Bitte sag nicht, dass du aus dieser selbe Schule bist. For you. For you. Bitte. Nein. Warte. Ich kann eigentlich gucken, wer eigentlich dabei ist. Okay. Das liegt da. Zum Glück. Ähm... Ich muss ein bisschen Energy sammeln und ein paar Sachen mir ganz gut überlegen. Moin, hallo, hey, hey, hello. Deswegen, ja, wir gucken halt, okay? Wir werden sehen, warte. Ich kann das hier umdrehen. Kann man das? Warte. Aber dann, das geht nach vorne. Ah, okay. Siehst du, ich bin jetzt... Ey, I think it's better. I look better. Ja, guys. Ey, bei mir ist so hell irgendwie. Ich glaube so... 21 Uhr oder 22 Uhr. Weil ich muss noch duschen und so weiter. Und dann gucken wir halt. Okay, guys, I think that's it for today. I think that's it for today. Oh, here look better, I think. Alles look better. So. What the fuck is that? Meine Locken. Ich wünsche euch alles gut. Alles Gute. What the fuck, Kasper? Ich kann heute nicht reden. Ich kann gar nichts heute. Äh, ja, das ist mein Zimmer. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mercy, bonjour, ça va? Oui, tu. Okay, guys. Thank you so much for today. Have a nice day. Genieß deinen Tag oder sowas. Und dann wir sehen uns später noch. Wir haben noch zwölf Personen hier. Die, die eigentlich hier sind. Dankeschön. Äh, ja. Wir sehen uns später. Have a nice day. Go back in your life and see you later, guys. Bye, bye. Ey, meine Haare sehen so iconic aus. Ich muss wieder die stylen. Okay, thank you so much for 10.000 eigentlich Dikes und for gifts and for everything for today. Ja, alles Gute, guys. Have a nice day. So, have a nice day. Bye, bye. Weet. 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 Untertitelung des ZDF, 2020